Heute steckt Berlins Küche für Internationalität, für Vielfalt und für Kreativität. Die Stadt ist auch kulinarisch zur Hauptstadt geworden. Im Jahre 2012 in Berlin hat mein Unternehmen Köln und Späne gegründet. Ein Lack Fisch, da sagt eigentlich schon alles. Es geht unten, lasst immer Fisch bei mir. Grundsätzlich ist es uns wichtig, eben diese Transparenz hinzustellen. Der Einkauf passiert online, aber die Abholung passiert persönlich. Hier sind die Tofu-Tussis. Wir fertigen frischen, halbgemachten Tofu aus deutschem Bio-Soja-Bloom. Sie werden alle hinknien und sagen, sie werden sich ihren Bauch halten. Und das ist im Endeffekt der Teller des Frühlings. Das, was ich mir vorstelle, wenn ich am Meer sitze und hinter mir die grünen reifen Früchte und die Frühling rieche und weiße Blüten und mir gegenüber die Gischt kommt. Und das sind Texturen in die Augen gefasst.